Und ein Glückscent für sie, einfach weil ich so gütig bin. Damit können sie sich bestimmt ihre Träume verwirklichen. Kommen sie nur noch hundertmal und sie haben einen Dollar und können ihr immer noch nichts kaufen. Willkommen an diesen wunderschönen Tag, willkommen beim Supermarkt, bei den tiefsten Preisen, bei den tiefsten Preisen aller tiefsten Preisen. Triefspreise, triefende Preise, aber ich mach's mal auf. So, los geht's. Ich muss mal die Sensitivität wieder runterstellen, die geht nämlich, oh ne. Ich hab nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Willkommen, kommen sie zu Kellerpreis. Denn nirgendwo sonst sind Preise im Keller, denn, hallo? Es kommt gar keiner. Ah, da kommt einer. Oh, ein Kunde, oh. Willkommen bei, äh, notgeiler Kassierer. Willkommen, willkommen. Nein, ich reiß mich jetzt zusammen, ich verspreche's. So muss das sein. Genau, räum mal ein. Willkommen, ich danke Ihnen. Danke für die Kohle. Danke für die Kohlen. Kraft und Mehl ist mir einfach viel zu teuer. Aber den Rest, teure Scheiße, kaufst du natürlich. Öl und Eier. Ja, ich mein, da kann der Rührei machen. Da kann der Rührei machen. Das wäre doch so hochschön. Ein bisschen Rührei machen. Das wäre doch super gut. Doch ich stehe hier an der Kasse, verzweifle den ganzen Tag. Mann, ist das langweilig. Ich würde zocken. Ich... Ich zocke gerade. Langweiliges Kassenspielen. Ist das nicht toll? So richtig deutsch. Oh, mein Wasser geht nicht auf, so jetzt. Weißt du, ich will lieber, dass sie das überteuerte Zeug kaufen. Da kaufen sie weniger. Aber wenn, dann verdiene ich gut daran. Ja, das bedeutet, ergo muss ich weniger Regale auffüllen. Weil ich habe mehr Arbeit durch das, ähm... Fünf, das kann doch gar nicht sein. Ich muss jetzt nochmal die Preise kontrollieren. Ich habe ja mehr Arbeit durch das Regale auffüllen, als durch das... Äh... Das ist Check. Check ist okay. Ja, Wasser. Machen wir mal vier. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht verkauft. Ein schwarzer Tee ist... Ja, aber es geht doch. Hört auf rumzuheulen. Und das hier? Oh, Chockepick. Unser Einführmodell. Immer noch zu teuer. Ich glaube, ich muss mal drei Euro Pfand drauf machen oder so. Nee, Quatsch. Gar nicht. Gar kein Pfand. So weit kommt es noch. Wie scheiße muss das als Händler sein, auf einmal wo Pfand gekommen ist? Ich war... Wisst ihr noch, als man Pfandflaschen hatte... Haben sie die hier gekauft? Nee, dann nehmen wir die nicht zurück. Was das für ein Heckmeck war. Aber wie viel Plastik dadurch einfach gesaved wird. Wie viel weniger Müll. Das hast du jetzt aber ein bisschen lang gebraucht, Bräunchen. Guck mal, direkt schwarzer Tee hier. Wird direkt zum Untergrundhändler. Ja, los. Ja, los. Kaufe eine Erweiterung für den Supermarkt über deinen Computer. Ja, aber das war so teuer, ne? Oh, das war es schon. Alter, Trevor! Trevor. Habe ich vergessen. Jetzt bezahlt. Erdnussbutter! Ich meine, da muss ich ja irgendwie... Ah. Ich muss einfach... Ich glaube, ich muss die Preise doch ein bisschen anpassen, aber... Aha, schwarzer Tee, aber Wasserflasche immer noch nicht. Milch ist mir zu teuer. Milch ist... Milch und Wasser irgendwie. Irgendwie. Irgendwie zu teuer. Oh ja. Oh ja. So. Ups. Ups. Äh. So. Willkommen. Immer noch kein Dingens. Na gut. Wasserflasche ist mir immer zu teuer. Ja, hol einfach zwei Dinger Toast. Klar. Na? Wir haben ja sonst nichts zu tun hier. Nein! Scheiße, ich habe mir zu viel gegeben. Ich kann ja hier nicht rufen, weißt du? Ich mache mal 350. 350. Ja, machen wir 350. Milch. Also, weiter runter gehe ich nicht. Wir müssen immerhin an die Lieferengpässe denken. Ne? Also, die Lieferengpässe. Also, die Lieferengpässe. Und die, äh... Die Lieferengpässe. Dürfen wir nicht vergessen. Und die Lieferengpässe. Das ist alles, äh... Ne? Und, äh... Die Inflation. Und, ähm... Die Lieferengpässe. Nicht vergessen. Oh Mann, die größte Gewinne überhaupt. Wegen den Lieferengpässen. Die Wirtschaft reguliert sich selbst. Mhm, ja. Mhm, mhm, mhm. Äh, Milch ist mir zu teuer. Weißt du? Du blöder Sack. Aber überteuertes Zuckerzeug kaufen. Also. Ich brauche... Ah, jetzt ist zu, ne? Ah, da kommen noch mehr. Willkommen, willkommen. Willkommen zu Kellerpreise. Zu den schönsten Preisen im Keller. Denn nur hier gibt es kellerige Preise. Und... Ja, das... Du hast auch Geschmack. Es gibt jetzt mal Chocochips. 416. Ich glaube, wir holen uns noch ein Regal, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich könnte echt viel auffüllen da. That would be nice if it works. Very nice if it works. Ups. Oh, ne Milch. Wir haben ne Milch verkauft. Unfassbar. Da muss ich 50 Cent rausgehen. Also Öl ist hier echt... Ich muss nochmal... Ich muss die Preise kontrollieren. Das geht so nicht. 31 Dollar. Also ich kann jetzt nicht heute schon die Erweiterung kaufen. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen was auffüllen, glaube ich. So, machen wir mal den Tag mal zu Ende. So. Also. Wir holen jetzt erstmal von allem 2. Aber von dem, was nicht abläuft, ja? Also wir brauchen... Rechnung bezahlen brauchen wir. Dann gehen wir auf den Markt und kaufen ein... Zweimal das. Zweimal das. 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 Wasser Käse nicht. Schwarzer Tee. So. So, also. Ich hab ja... Ne, ich hab keine Kartons mehr hier. Okay. So, dann fangen wir erstmal mit Toast an. Toast kommt jetzt hier hin. Warte, fangen wir hier an. Ja, Toast. Äh, Choccy Picks. Komm da hin. Ja, Choccy Picks. Noch mehr Choccy Picks. Sehr gut. Ne, machen wir mal 2 Regale voll. Dann haben wir Toast. 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 Mehl. Da hin. So, den Karton, den tun wir dann wegstellen. So, jetzt. Schließen. Werfen. Schließen. Fallen lassen. Öl. Ist ja auch nix mehr. Machen wir hier hin. Ah, jetzt muss ich den... Ne, halt. Das war das Falsche. Na gut, das wird schon irgendeiner kaufen. Dann müssen wir das auch erstmal schließen. Ähm. Habe ich keinen Kaffee und so gekauft? Habe ich doch. Ist es weggeschleudert worden? Kann das sein? Ich kann hier rumlaufen, ob das irgendwas... Oh, kann ich Pakete klauen? Okay, warte mal. Wäre jetzt, ist es nicht angekommen. Ach, das kostet zu viel. Ich muss mal den Laden aufmachen jetzt. Sonst läuft der Tag... Um. Im. Mäßig. Habe ich das falsch angegangen hier. Ups. Ich lasse ihn einfach auf, oder? So, egal. Können die nicht einfach da rausnehmen? So wie bei Aldi damals. Tja, können die nicht da oben den Jockey-Pick nehmen? Ist das ein bisschen doof gerade. Nehmt doch bitte da oben den Jockey-Pick. Ich muss die Kartons aufbewahren. Ich darf jetzt nicht mehr... Der schwarze Tee ist so teuer. Ach ja. Naja, irgendjemand kauft's. Ich muss mir keine Sorgen machen. Irgendwann müsst ihr essen. Ich bin der einzige Laden weit und breit. Ist mein Name. Der einzige Laden weit und breit. Dann kommen die... Oh, wir haben Wasser verkauft. Dann kommen die von ganz von alleine. Dann kommen die... ... ganz von alleine. Aber dass Jockey-Pick so teuer ist, ist komisch, ne? Ich kann die für 8 Dollar verkaufen. Das ist Kassenschlager. Aber Wasser? Ne. Ist viel zu teuer. Die Milch ist mir zu teuer. Das ewige Drama der Milch. Boah, Käse. Ich werde verrückt. Und jetzt müssen wir... Guck mal. Guck mal. Guck mal. Viel zu umständlich. Sechs, sieben. Oh yeah. Oh yeah, Baby. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Irgendwie geht das doch... Ne? Das ist irgendwie... Ja? Ach du Scheiße. Nein! Ich komme, ich komme. Soll ich denen einfach immer ein bisschen mehr Geld geben? Ob die dann glücklich sind? Weißt du? Wenn ich ihr jetzt mal sage... Hier, pass auf. Ich habe denen einfach allen einen Cent mehr. Ne? Hier, ein Glückscent. Das wäre es doch, oder? Wäre das nicht fast... Fast unfassbar? Fast unfassbar. Jetzt im Handel. Ah, ja. Und ein Glückscent für sie. Einfach, weil ich so gütig bin. Damit können sie sich bestimmt ihre Träume verwirklichen. Kommen sie nur noch hundertmal und sie haben einen Dollar. Und können ihnen immer noch nichts kaufen. Ach ja, ist das nicht toll? Aber da kriegt man doch einen Glückscent. Oh, so gütig. Die Preise sind zwar ein bisschen teuer, aber dieser Glückscent... Guck mal, Synchron sind die am Einkaufen hier. Junge, gib mir dein Geld. Ich bin stolz. Gib mir die Karte. Ziehe ich mehrmals drüber. Ganz hart. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder 429. Hat er, die haben alle Nudeln aufgekauft. Ich komme, ich komme. Ganz ruhig. Was ist denn jetzt los hier? So, Kaffee. Ja, ich muss die Chockepix halt nochmal umräumen. Die habe ich auch nicht mehr. Doch. Aber die Chockepix muss ich umräumen. Immer noch. Ich muss eigentlich Chockepix bestellen. Dann kann ich die auch umräumen. Dann klappt es auch in den Nachbarn. Naja, nach dem heutigen Tag können wir das alles nochmal umräumen. Näää. Willkommen, willkommen. 587 Dollar. Yo, läuft. Passend sogar. Ist das schön, oder? Ist das nicht schön. Ist das nicht schön. Lichtsensor wäre toll. Alter, guck mal. Und das Öl. Ist der Preis denn wirklich... Das kann doch nicht sein. Ach so. Deswegen kaufen die das. Vielleicht sollte ich einfach bei dem Standardpreis bleiben. Weil wir machen ja immer noch Plus. Ja gut. Hier ist es tatsächlich gar nicht so teuer. Ich komme, ich komme. Käse. Ich muss den teuren Käse kaufen. Also. Chockepix. War bitte nur ein. Chockepix. Äh, und... Muskatnuss. Herr Müller. Ähm... Chockepix nur. Der Rest ist sortiert. Chockepix. Oh, yeah. Chockepix. Mann, deine Glatze glänzt aber. dass ich mich darin spiegeln kann. Shine like a diamond. Glatzen, Mann. Ey, das reimt sich sogar. Soweit ich hier stehe und singe. Passieren eins, zwei, drei die wunderbarsten Dinge. Ups. Sehr schön. Müll. Also, wir benötigen Chockepix. Schwarzer Tee. Schwarzer Tee. Sonst habe ich hier gar nichts für... Oh, Zucker haben wir hier. Ne? Fehlen zwei Stück. Ah ja, ist geschlossen. Ja, war ja klar. Dann Tag beenden, oder? Ja. Kunden neun, elf. Ne, ne, ne. Produkt nicht gefunden, elf. Siebenhundert so und so. Also, öffnen. Bestellen. Bestellen. Äh, schließen. Wisse, manchmal... Ich frage mich, ob ich dann überhaupt noch was mit dem Karton machen kann. Aha, okay. Aha, okay. Das sind jetzt einfach die Boxenmerken für die Produkte. Susu. Sind es 1865. 60. Äh... Okay, sehr gut. Ich eile, ich eile. 14. 1, 9. 4, 8. Okay. Äh, schwarzer Tee, Kaffee. Ich erspähe, oje, Kaffee. Kaffee, verschütte meinen Kaffee. AKB, CVD, verschütte meinen Kaffee. Also, Kaffee, Öl. Kaffee. Olé und Öl. Das tut so weh. Ich werde hier schon wahnsinnig. Ja, die Tiefkühle habe ich jetzt schon komplett vergessen, ne? Gibt's doch nicht. Das sind Preise, meine Fresse. Das sind Preise, meine Fresse. Unfassbar teuer. Das geht doch gar nicht klar. Das geht doch gar nicht klar. Oh nein, oh nein, 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 nein. Jetzt können wir verkaufen, äh, wegwerfen. Entschuldigung. Ich komme, äh, tut mir leid. Guck mal. Yo, gib mir das Geld, Junge. Okay, warum sind Karten irgendwie immer drin? Also, egal. 735. Also, los geht's. Ich will jetzt den, den Dingens kaufen. Oder? Habe ich alles hier? Ach, guck mal hier. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Oh, das schwarze Dress des Todes. Der Jobinterview-Dress. Ich brauche den Job. Uh, 10? Okay. Okay, darf ich? Also Abschnitt 2, bang Und jetzt Die Tür hat sich verschoben und Der Raum ist größer geworden Okay Ich glaube wir müssen mal Eigentlich müssen wir mal den Laden mal zumachen Ich muss auf jeden Fall Bei dem Tiefkühler was ändern Ich glaube ich brauche den größeren Die Truhen, weil die sich drüber beugen müssen Ich komme, ich komme Ich bin schon da Ich will auch jemanden einstellen, das wäre auch super Aber das kriege ich wahrscheinlich nicht alles Mann, ich will auch so Riesennudelpakete haben Riesennudelpakete, oh ja Riesennudelpakete, das ist doch klar Einkauf abschließen Ach guck mal, 200 Benötige Supermarkt Level 10 Ah, das dauert noch Juice, Cola, Coca-Cola Cola, Entschuldigung Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl Also, was wir brauchen Äh, 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 gain Ähm, wir brauchen Möbel Und zwar Will ich den Guck mal hier Warum ist der denn Ist der Kühlschrank, ist der Gefrierschrank Ist der Gefrierschrank Ist ein Doppelter, oder? Äh, hallo? Nicht klauen Yo Gib mir deine Moneten, Junge Läuft Mann, ey Kommt bestimmt irgendwann das Keine Ahnung, denken hier Ich bin hier voll am Ich komm mir vor wie ein Dealer Mehr Bargeld, Junge Äh Dankeschön, Dankeschön Jockey Pig Jockey Pig Du bist so schön wie das Jockey Pig ist Oh, das ist, genau Das ist der Kühlschrank Ich komme, ich komme, ich komme Wir müssen auf jeden Fall Geld machen Um auch den Kühlschrank nochmal aufzufüllen Dann 50 Cent Toast Dankeschön 5 Dollar Dankeschön So, jetzt aber hier So So Drehen Oh ja, drehen Also Wir benötigen Alles Was brauchen sie? Ja, bitte Machen wir erstmal nur 1, 1, 1, 1, 1 Und Mehl, Nudeln, Toast Mehl Nudeln Toast Na gut, dann Gehen wir zum nächsten Tag über Würde ich sagen Aber das machen wir nächste Folge Liebe Leute Das war eine weitere Folge Der Supermarkt Mit den Tiefspreisen Kommen sie heute und kaufen sie Kaufen sie, kaufen sie, kaufen sie Unfassbar Das Spiel Jetzt im Handel Also bis dahin, liebe Leute Haut rein, ihr seid die Besten Dankeschön